Evidenz bezeichnet das dem Augenschein nach unbezweifelbar erkennbare oder die unmittelbare, mit besonderem Wahrheitsanspruch auftretende vollständige Einsicht. In einer philosophiegeschichtlichen Sichtweise wird der Begriff Evidenz in den jeweiligen Positionen mit eigenen Inhalten ausgefüllt. Etymologie Das Substantiv Evidenz ist abgeleitet vom Adjektiv Evident, das im 18. Jahrhundert dem Lat-Wort Evidenz entlehnt wurde. Diesem Adjektiv liegt das Lat-Werb wiedere zugrunde, dem das deutsche Wort Vision entstammt. Das Lat-Substantiv Evidenzia wird mit Anschaulichkeit übersetzt. Eine spezielle Ausdrucksweise kennt das österreichische Deutsch mit der Formulierung etwas in Evidenz halten im Sinne von etwas im Auge behalten. Diese Aufgabe übernahm nämlich das historische Evidenzbüro als ein militärischer Nachrichtendienst in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Abgrenzungen Der philosophische Begriff Evidenz darf nicht mit dem englischen Wort Evidenz verwechselt werden, dass heute er mit Beweis oder Beleg, im juristischen Bereich auch mit Zeugenaussage übersetzt wird. Insofern ist die englische Bezeichnung Evidenz-Based Medicine für eine medizinische Entwicklungsrichtung durch die deutsche Übersetzung Evidenzbasierte Medizin nicht korrekt wiedergegeben. Ähnlich spricht man in den Sozialwissenschaften von empirischer Evidenz, wenn Theorien aufgrund empirischer Erhebungen aufgestellt oder durch empirische Daten bestätigt werden. Eine weitere Abgrenzung betrifft den Begriff anekdotische Evidenz. Hierbei handelt es sich in der Regel nicht um eine mit wissenschaftlichen Mitteln erarbeitete Evidenz im philosophischen Sinne. Die anekdotische Evidenz schließt eine wissenschaftliche Methodologie und somit speziell eine notwendige Reproduzierbarkeit aus. Positionen In der Philosophie gibt es unterschiedliche erkenntnistheoretische präzisierende Vorschläge, wie ein damit zu verbindender spezifischer Begriff zu analysieren ist Minus und Positionen, ob und in welchem Umfang und Kontext menschlicher Erkenntnis so bestimmte Evidenzen verfügbar sind. Viele Erkenntnistheoretiker nehmen an, das Wissen auf dem Gerechtfertigtsein von Meinungen und letztlich auf einem Fundament gründet, Das man als aus Evidenzen bestehen beschreiben kann, den Begriff der Evidenz bzw. der Gewissheit und die Mechanismen des Zustandekommens von Evidenzen zu verstehen ist demnach zentral für die Erkenntnistheorie. In der Wissenschaftstheorie bezeichnet der Begriff Evidenz zumeist diejenigen empirischen Befunde, welche Theorien bestätigen oder an welchen Bestätigungsversuche scheitern. Es werden unterschiedliche Analysen diskutiert, welche Art von Beziehung dafür aufkommt, dass ein bestimmter Befund als Evidenz für das Bestehen eines bestimmten Sachverhalts oder die Wahrheit bestimmter Hypothesen gelten kann, etwa Deduktive, Erklärende oder Probabilistische Beziehungen Epikur minus griechischer Philosoph und Begründer des Epikureismus minus vertritt eine empiristische Position. Jede Erkenntnis beruht nach Epikur auf Wahrnehmungen. Sie entstehen durch Emanation aus den Gegenständen minus und die Wahrnehmungen sind stets wahr. Johannes Don Scottos minus schottischer Theologe und Philosoph der Scholastik minus beschreibt die Evidenz als intuitive Erkenntnis. Jeder Begriff, den man von einem Gegenstand bildet, hat notwendig die Eigenschaft, dass er auch auf andere Gegenstände anwendbar ist. Selbst die detaillierte Beschreibung einer Sache schließt nicht aus, dass mit dieser Beschreibung auch ein anderer Gegenstand erfasst werden könnte. Das besondere Wesen eines Gegenstandes, seine individuelle Einheit, erkennt man nur durch eigene, unmittelbare Anschauung und nicht durch Beschreibung eines Dritten. Intuitive Erkenntnis ist vor allem auf der Gefühls- bzw. Wahrnehmungsebene angesiedelte unmittelbare Grundlage zum Erkennen der Singularitäten, die im Individuum jeweils kontingent sind. Das Singuläre wird schon aufgenommen, bevor der Verstand in der abstrahierten Erkenntnis das Universelle im Gegenstand erfassen kann. Die begriffliche Beschreibung ist auf die Teile des Gegenstandes gerichtet und damit sekundär. Intuitive Erkenntnis ist ein Vorgang der unmittelbaren Anschauung, die einerseits die sinnliche Präsenz des Wagen genommenen enthält und andererseits das Hier und Jetzt eines Gegenstandes im Verstand widerspiegelt. Insbesondere das Wissen um das Sein eines Gegenstandes zählt zu dieser Erkenntnisweise. Die intuitive Erkenntnis macht die Existenz eines Gegenstandes evident. Ohne intuitive Erkenntnis wüsste der Mensch nichts über sein Innenleben. Erst intuitive Erkenntnis ermöglicht Reflexion und Selbsterkenntnis. Laut Scottos sind einige Methoden und Prozesse der Erkenntnis in ihrem Ursprung nicht zu beweisen. Hierzu zählt er, die Prinzipien der Logik, also die Sätze von der Identität des Widerspruchs und vom ausgeschlossenen Dritten, die Gegenstände der unmittelbaren im Einzelfall gegebenen Erfahrung durch die Sinne, die Intentionalität des eigenen Handelns, zum Beispiel der künstlerische Akt oder der Willensakt. Für René Descartes steht das Ziel einer Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis im Zentrum. Er vertritt eine rationalistische Position. Denken hat mit Evidentem zu tun, wenn die Vorstellungen klar und deutlich sind. Dies zeigt sich, wenn die Vorstellung dem aufmerksamen Geist gegenwärtig und offenkundig ist. Der Ausgangspunkt der Erkenntnis und damit der Wissenschaften ist die, sich allem Zweifel entziehende letzte Evidenz des sich selbst denkenden Subjekts. Gottfried Wilhelm Leibniz nimmt zahlreiche Gedanken von Descartes auf, präzisiert sie und integriert sie in Entwürfe einer komplexen Gesamttheorie. Auch für ihn gründet Evidenz nicht in der Empirie, sondern im Denken und zwar in einer lichtvollen Gewissheit, die aus der Verbindung von Vorstellungen resultierte. John Locke arbeitet eine empiristische Position weiter aus. In der sinnlichen Intuition gründe alle Gewissheit und Evidenz unseres Wissens. Für den Skeptiker David Hume ist Evidenz bloß eine subjektive Gewissheit, die nicht zur Begründung von Wissenschaften geeignet sei. Immanuel Kant als ein Philosoph der Aufklärung hat Evidenz als Apodiktische eine anschauende Gewissheit bestimmt. Diese sei nur in der Mathematik gegeben, weil ihre Beweise mittels intuitiv einsichtiger Axiome erfolgten. Friedrich Schleiermacher betonte als Vermittlungstheologe in seiner Dialektik das Wissen einhergehe mit einem Gefühl des Überzeugtseins, das Evidenzgefühl genannt werden könne. Für Franz Brentano, Begründer der Arktpsychologie, war der Begriff der Evidenz grundlegend für seine Auffassung von Wahrheit. Die Theorie der Wahrheit als Übereinstimmung eines Urteils mit einem Gegenstand betrachtete er als sachlich falsch, weil sie notwendigerweise in einen Zirkel führen müsse. Als Evident bezeichnete er solche Urteile, die eine vollkommen einfache Erlebnisqualität ausdrückten. Solche Erfahrungen kann man nicht auf einfachere Bestimmungen zurückführen. Der Begriff der Evidenz ist deshalb nicht definierbar, sondern nur erfahrbar. An der Wahrheit der Summe 1 plus 1 ist gleich 2 gäbe es keinen Zweifel. Evidente Urteile entstehen durch Intuition und beschränken sich auf die innere Wahrnehmung und einfache Beziehungen zwischen Begriffen. Die Gleichsetzung von Wahr mit Evident in der Erkenntnistheorie übertrug Brentano auf die Ethik, wo Evident dann gut bedeutet. Auch hier lässt sich der Begriff nicht exakt bestimmen, sondern nur durch konkrete emotionale Akte der Zustimmung oder der Ablehnung erfahren. Edmund Husserl entwickelt als Brentanos Schüler aus der Aktpsychologie schließlich die Phänomenologie. Für Husserl ist Evidenz das objektive Korrelat zum subjektiven Fürwahrhalten eines Sachverhalts. Evidenz bestehe jeweils, wo immer eine setzende Intention ihre Bestätigung durch eine korrespondierende und voll angepasste Wahrnehmung, sei es auch eine passende Synthesis zusammenhängender Einzelwahrnehmungen findet Eviden kann auch sein, dass ein behaupteter Sachverhalt nicht gegeben ist. Evidenz ist in einem allerweitesten Sinne eine Erfahrung von Seindem und so Seindem, eben eines selbstgeistig zu Gesicht bekommen. Widerstreit mit dem, was sie, was Erfahrung zeigt, ergibt das Negativum der Evidenz und als seinen Inhalt die evidente Falschheit. Das Subjektive für Wahrheiten beinhaltet die Irrtumsmöglichkeit. Daher kann Evidenz mehr oder weniger vollkommen sein. Im vorwissenschaftlichen Bereich sind Evidenz und Wahrheit grundsätzlich relativ und dies genügt auch für das Alltagsleben. Wissenschaft aber sucht Wahrheiten, die ein für alle Mal und für jedermann gültig sind und gültig bleiben, und dem gemäß neuartige und bis ins Letzte durchgeführte Bewährungen. Der Wissenschaftsprozess ist ein sich immer korrigierender Vorgang aufgrund neuer Erkenntnisse, der aber als Ziel das Ideal der vollkommenen Evidenz immer im Auge hat. Die vollkommene Evidenz ist der Anfangspunkt aller Erklärungen in Wissenschaft und Philosophie. Dies ist möglicherweise ein Prozess dessen Horizont im Unendlichen liegt. Daher darf bei noch offenen Fragen keine Entgültigkeit der Evidenz behauptet werden. Selbst das Dasein der Welt ist keine apodiktisch zu behauptende Evidenz. Denn selbst das Sein der Welt aufgrund der natürlichen Erfahrungsevidenz darf nicht mehr für uns selbstverständliche Tatsache sein, sondern selbst nur ein Geltungsphänomen. George Edward Moore begründete gemeinsam mit Wittgenstein die analytische Philosophie. Moore war ein Vertreter der Kommensinse-Philosophie. In seiner Argumentation richtete er sich gegen den philosophischen Skeptizismus, also die These, dass es überhaupt kein sicheres Wissen gäbe. Auch im Anschluss an Moore hat Ludwig Wittgenstein sich zum Problem des Gegebenseins von Evidenzen geäußert. Ja, ich glaube, dass jeder Mensch zwei menschliche Eltern hat, aber die Katholiken glauben, dass Jesus nur eine menschliche Mutter hatte. Und andere könnten glauben, es gäbe Menschen, die keine Eltern haben und aller gegenteiligen Evidenz kein Glauben schenken. Die Katholiken glauben auch, dass eine Oblate unter gewissen Umständen ihr Wesen gänzlich ändert und zugleich, dass alle Evidenz das Gegenteil beweist. Wenn also Moore sagte, ich weiß, dass dies Wein und nicht Blut ist, so würden Katholiken ihm widersprechen. Ich lw. bin sicher, dass mein Freund nicht Sägespäne im Leib oder im Kopf hat, obwohl ich dafür keine direkte Evidenz der Sinne habe. Ich bin sicher, aufgrund dessen, was mir gesagt wurde, was ich gelesen habe und meiner Erfahrungen. Daran zu zweifeln erscheint mir als Wahnsinn. Freilich in Übereinstimmung mit anderen, aber ich stimme mit ihnen überein, was wir historische Evidenz nennen, deutet darauf hin. Die Erde habe schon lange vor meiner Geburt existiert. Die entgegengesetzte Hypothese hat nichts für sich. Kritik Wilfried Sellers, ein Anhänger des Naturalismus, entwickelte in seinem Essay Empiricism and the Philosophy of Mind eine Kritik an Voraussetzungen der Phänomenologie sowie der Analysen des Wissensbegriffs, der mit Sinnesdaten verknüpft ist. Vorausgesetzt werde dabei, dass wir von unserer Sinneswahrnehmung ein Wissen haben, welches von unserem Begriffsapparat, wie wir ihn bei der Wahrnehmung bestimmter Objekte anwenden, unabhängig ist. Diese Kritik richtete sich u.a. gegen die von Clarence Irving-Louise im Anschluss an Kant entwickelte Erkenntnistheorie und gegen den Positivismus von Rudolf Kahn ab. Wolfgang Stegmüller bezeichnet Evidenz als eine Einsicht ohne methodische Vermittlungen und eine der wesentlichen Säulen unseres Argumentierens. All unser Argumentieren ableiten, widerlegen, überprüfen ist ein ununterbrochener Appell an Evidenzen, wobei, das Appell an, nicht so misszuverstehen ist, als würde die Evidenz jeweils den Gegenstand der Rechtfertigung darstellen. Sie ist das Wie und nicht das Worüber des Urteilens, so berufen wir uns in Wissenschaft und Alltag also beständig auf evidente Sätze, auf offensichtliche und selbstverständliche Einsichten ohne den eigentlichen Charakter dieser Einsichten jemals beweisen zu können. Denn, Anführungszeichen, Punkt, 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 das Evidenzproblem ist absolut unlösbar. Alle Argumente für die Evidenz stellen einen Teufelskreis und alle Argumente gegen sie einen Selbstwiderspruch. Wer für die Evidenz argumentiert begeht einen Zirkel, denn er will beweisen, dass es die Evidenz gibt. Das Zubeweisende soll also das Ergebnis der Überlegungen darstellen, während er vom ersten Augenblick seiner Argumentation an Evidenz bereits voraussetzen muss. Siehe auch, Evidenztheorie, Evidenzwert, Evidenzbasierte Medizin, Body of Evidence.